Nein, 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 nein! Servus Leute und willkommen zurück zu War Thunder und wir fliegen heute in den Bergen, haben hier eine Bodenangriffsmission und ich stürze mich jetzt einfach mal auf die Gegner runter. Und ich habe eine mehr oder weniger gute Nachricht, ich habe bald meinen nächsten Flieger auf Level 3 freigeschaltet, endlich mal nach so langer Zeit, und kann dann endlich mal, ähm, werde dann endlich mal mit einem anderen Deck spielen. Als immer mit diesen Level 2 Fliegern, die ich doch schon so oft geflogen habe. So, wo ist er hin? Oh, da ist einer hinter mir. Dann drehe ich mich mal ein für den hier. Ich glaube, ich bin zu schnell. Wow. Ich habe ihn getroffen, er mich auch. Ah, der lebt noch. Ah, so schnell drehe ich mich nicht. Was? Nein, da kickt er mich jetzt doch nicht so schnell. So Leute, ich habe schnell zum nächsten Flieger gewechselt und habe hier schon unten mein nächstes Ziel in Sicht, falls ich da noch schnell genug hinkomme. Das ist ein Gegner, der ist bei uns direkt quasi am Spawn in der Nähe. Treffer. Flugzeug zerstört. Nice, den habe ich genagelt. So, so soll es doch laufen. Jetzt, Klappen sind drin, da kommt schon wieder einer auf mich mehr oder weniger zu, beziehungsweise fliegt vorbei. Mal gucken, ob ich mich da noch rantasten kann, wenn ich über den nächsten Berg hier fliege. Hey, die sind aber, ja, die sind bei uns alle in der Nähe. Ach, der greift unseren Flughafen an. Beziehungsweise den von uns, der da auf dem Flugplatz war. Der ist aber noch ein Stückchen weiter weg. Mal gucken, wenn er sich jetzt eindreht. Treffe ich was? Ne, ich treffe gar nichts. Doch. Ab und zu treffe ich was. Noch ein Treffer, okay. Ah, ich habe sogar den Kill bekommen. Ja, nice. Gut, hier war noch ein Gegner. Oder ist es der hinter mir? Ne, es war ein Verbündeter. Hier war doch noch ein Gegner in der Nähe, aber der ist jetzt schon ein Stückchen weiter geflogen. Dann fliege ich mal an die nächsten ran. Okay, ich habe mein nächstes Ziel in Sicht. Gegner direkt bei mir voraus. Ich glaube, der kommt sogar so ziemlich auf mich zu. Ob? Schade, der wurde schon vom Verbündeten abgeschossen. Dann gucke ich mal weiter. Da unten ist einer, der ist gerade explodiert. Habe ich hier irgendwie Bodenziele, die ich angreifen könnte? Wir sind doch auch überall diese Bodenziele. Ich glaube, die sind erst hinter der nächsten Bergkuppe. Da sind aber auch ein paar Gegner unterwegs. Dann helfe ich lieber meinem Team. Ne, da sind zu viele. Da helfe ich nicht. Das ist mir zu blöd. Da will ich nicht abgeschossen werden. Ich habe auch Raketen. Die kann ich gleich mal ausprobieren. Habe ich was getroffen? Ich glaube nicht. Ne. Ach, viele Raketen habe ich glaube ich auch nicht mehr. Ach, die laden sogar nach. Sehe ich gerade links oben. Okay. Da ist der nächste. Kriege ich den so? Den mittelschweren Panzer? Ziel unbeschädigt. Ne, da brauche ich wirklich Raketen, dass ich da was auswirken kann. So. Hier ist doch gerade eben was geflogen. Oh, da kommt einer auf mich zu. Der ist auch mein... ...teammate. Ne, der ist zu schnell. Treffer. Treffer. Flugzeug zerstört. Der nächste ist tot von denen. Dafür rauche ich jetzt. Das ist blöd. Oh nein, mein Motor ist ausgefallen. So muss ich hier noch eine hübsche Landung hinlegen. Klappen. Äh. Landung. Okay. Oh nein. Und gerade noch hier am Hügel. Okay. Ach, jetzt treffe ich den. Nein. Nein, 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 nein. Äh? Das Flugzeug lebt doch noch. Okay. Abgestürzt. Ja. Ist klar. Nächster Flieger. So, ich hocke jetzt in meinem schweren Jäger diese Runde. Ich habe leider nicht mehr so eine große Auswahl. Hier habe ich auch ein paar Raketen dazu. Die könnte ich theoretisch auch gegen Bodenziele benutzen. Ähm. Ich gehe jetzt erst mal zu meinen Teammates. Da ist nur einer von uns. Wo ist denn der Rest? Oder sieht man die alle erst zu spät? Die Verbündeten. Teilweise sieht man die auch recht spät erst. Hat der mich gesehen? Ne, ich glaube nicht. Der ist aber weniger als ich. Flugzeug zerstört. Rausgeschossen. Ja. So läuft es doch ganz gut. So. Nächster vor mir. Der sieht mich, glaube ich, auch nicht. Beziehungsweise hat mich nicht bemerkt. Wenn ich da noch rankommen würde, wäre das schon nice. Ich gucke mal hinter mich. Da ist keiner. Ja. Der greift unsere Bodenziele an. Das ist echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. Von den Punkten her. Das könnte für uns noch funktionieren. Deswegen versuche ich den jetzt auch noch aufzuhalten, bevor der da noch was weiteres von uns angreift. Oh, der ist recht schnell. Kritischer Treffer. Ja, dem setzen wir auf jeden Fall mal zu. Mission gescheitert. Nein. Die haben noch gewonnen. Und ich hätte noch diesen Abschuss hier ganz gerne gehabt. Aber okay. Ich war im Mittelfeld von den Punkten, wie ich das gerade gesehen habe. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Nachdem wir hier diese Trophäe bekommen haben. Was kriege ich denn? Ich glaube, neues Flugwerk. Okay, das ist doch ganz nice. Ja, ich war im Mittelfeld, wie man gerade gesehen hat. War ganz okay von den Punkten her. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, bis dahin. Ciao, bis dahin.